Heute möchte ich Ihnen das OV Balance Home vorstellen, der smarte hydraulische Abgleich. Der Abschleich erfolgt mittels App, die Voreinstellung erfolgt mittels Antrieb auf dem Thermostatventil. Folgende Bauteile werden für das OV Balance Home benötigt. Zum einen das Gateway V-Butler als Smart Home Zentrale. Zum zweiten benötigen wir einen Aktor MH-Con B, unseren Antrieb für den hydraulischen Abgleich am Heizkörper und unsere Thermostatventil-Technik Q-Tec. Das Vorgehen sieht wie folgt aus. Wir müssen ein paar Randbedingungen wie Baujahr des Gebäudes, Vorlauf-Rücklauftemperatur sowie die einzelne Raumgröße anlegen. Die App ermittelt automatisch die benötigte Heizkörperleistung zur Beheizung des Raumes. Das Einstellen der Thermostatventile übernimmt unser Aktor MH-Con B, indem er die Informationen von der V-Butler-Zentrale erhält und entsprechend am Heizkörper-Thermostatventil über eine Hubbegrenzung einstellt. So entfällt das lästige Einstellen an jedem einzelnen Heizkörper mit einem Voreinstellschlüssel, denn die Voreinstellung wird, wie gerade schon angekündigt, durch den Aktor MH-Con B, der unmittelbar auf dem Thermostatventil montiert wird, durchgeführt. Voraokraten Voraokraten